Von der Stellung als Elektrizitätsunternehmen hängt ab, welche Gesetze für meine Erzeugungsanlage anwendbar sind und welche Behörde zuständig ist. Wir sehen uns heute in 3 Minuten Umweltrecht an, was hinter dem Begriff des Elektrizitätsunternehmens steckt. Hallo und herzlich willkommen zu 3 Minuten Umweltrecht. Mein Name ist Florian Stangl, ich bin Anwalt bei Niederhubon Partner, Ihrer Kanzlei für Umweltrecht und Energierecht mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Die Stellung als Elektrizitätsunternehmen ist entscheidend dafür, nach welchem Rechtsregime meine Erzeugungsanlage, also zum Beispiel eine PV-Anlage, zu genehmigen ist. Was versteht man nun unter dem Begriff des Elektrizitätsunternehmens? Wir finden die Definition im ELWOG 2010. Dort heißt es, vereinfacht gesagt, dass ein Elektrizitätsunternehmen eine natürliche Person oder eine juristische Person ist, die in Gewinnabsicht von den Funktionen der Lieferung, der Verteilung, der Erzeugung oder des Kaufes von Strom zumindest eine wahrnimmt. Zusätzlich muss dann auch noch eine Funktion eingenommen werden, dass das Elektrizitätsunternehmen kommerzielle, technische oder wartungsbezogene Aufgaben übernimmt. Ausgenommen von der Elektrizitätsunternehmerstellung sind Endverbraucher. Was hat das nun für Konsequenzen? Entscheidend ist die Stellung als Elektrizitätsunternehmen schon daher, dass die Erzeugungsanlage entweder nach dem Anlagenregime meiner Hauptanlage zu genehmigen ist oder nach dem Anlagenregime des Landes ELWOG, wo sich die Erzeugungsanlage befindet. Auf ein Beispiel umgelegt. Wir haben eine Photovoltaikanlage auf einem Gewerbebetrieb. Ist nun der Betreiber der PV-Anlage ein E-Unternehmen, dann ist diese PV-Anlage nach dem ELWOG des Standortbundeslandes zu genehmigen. Ist er hingegen kein Elektrizitätsunternehmen, zum Beispiel weil die PV-Anlage den Gewerbebetrieb selbst versorgt und somit der Strom nicht geliefert wird, dann gilt das Anlagenrechtsregime der Gewerbeordnung. Eine weitere Konsequenz ist auch in berufsrechtlicher Hinsicht zu identifizieren. Ähnlich wie beim Anlagenregime gilt für Elektrizitätsunternehmen das Berufsrecht des ELWOG und nicht jenes der Gewerbeordnung. Sie sehen also, von der Stellung als Elektrizitätsunternehmen hängt ganz entscheidend ab, welche Gesetze für meine Erzeugungsanlage anwendbar ist. 1. 3. Aktivismusanlage